Lüftungsheizgerät LWZ 604R. Unser neues Integralgerät für Einfamilienhäuser mit niedrigem Energiebedarf. Wie in der LWZ-Familie schon bekannt, ein Integralgerät für Heizen, Warmwasserbereitung, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Nur, dass in diesem Gerät die Wärmeeinbringung nicht über eine hydraulische Fußbodenheizung geschieht, sondern über das Lüftungsgerät. Die LWZ 604R ist kombinierbar mit unseren Direktheizgeräten wie Badheizkörpern, Konvektoren und Strahlungsheizungen. Die LWZ 604R